Das finnische Frachtschiff EVA VG fuhr am 26. Juli in den Wismarher Hafen ein. Zuvor nahm es den langen Weg von Klaipeda in Litauen auf sich. EVA hat eine Länge von 103 Metern und eine Breite von 13,6 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit des Frachters liegt bei 12,4 Knoten. Das entspricht 23 Kilometer pro Stunde. Die maximale Tragfähigkeit des Schiffes beträgt 5.019 Tonnen. EVA transportiert hauptsächlich verarbeitetes Holz in die skandinavischen Länder. Ihr nächstes Reiseziel ist Oseka Punke in Finnland.